Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Ähm, ich hab mir mal die Freiheit genommen. Ja, in der letzten Folge waren wir draußen und zwar da hinten. Oh? Ähm. Warum ist das nicht grau? Sollte das Grab nicht grau sein? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber wir waren hier hinten gerade, ungefähr genau hier ungefähr. Ich hab mir die Freiheit genommen, gleich zur, also mal, also ich bin nur von da drüber geklettert zum Camp und hab mich mal dann hierhin teleportiert. Ich weiß mir gerade nur, wunderschön, warum ist das nicht grau? Sind die niemals grau, die Gräber? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Weil ich dachte, abgeschlossene Gräber sind dann, weißt du, grau hinterlegt wie da. Aber das haben wir doch sicher. Nee, Güte. Grab. Ja, abgeschlossen, oder? Sicher wie jeder. Also ich bin mir sicher, dass wir das gemacht haben. Ähm. Dann haben wir vielleicht das eine Grab da hinten auch schon gemacht. Was? Mensch. Da hinten das Grab. Haben wir dann auch schon gemacht, oder wie? Hat wie sich jetzt... Nee, das steht 0 von 2. Also haben wir dieses Grab nicht gemacht. Ein erledigtes Grab wäre jetzt ganz nice. Da steht 0 von 2. Und hier steht ja 1 von 2, ne? Entweder muss irgendwo ein abgeschlossener Grab sein. Mal kurz luchern. Was muss das sein? Da ist ja noch ein Grab. Nee, da 1 von 1. Achso, okay. Wenn es 1 von 1 ist, dann... Okay, dann ist das halt so, ne? Okay, merkwürdig. Egal. Ja, wir haben auch gesagt, wir machen jetzt die Story weiter. Ich habe mich mal nur dabei hinteleportiert. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, weil ich glaube, das Zurückgehen müsste nicht unbedingt im Gameplay drin sein, im Let's Play. Kommen wir weiter. Indem sie mit Ätzli gesprochen haben, ist die Schnellreise reaktiviert, bis sie das Spiel abgeschlossen haben. Oh, okay. Aber es ist, glaube ich, nicht so tragisch. Würde ich mal schlecht behaupten. Let's go. Ich habe es gelesen. Ich will gar keine Schnellreise gerade machen, bis ich es abgeschlossen habe. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Ätzli? Es gibt verschiedene Optionen. Utsu? Kukulkans Armee folgt dem Sackbeet zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die Beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Das ist schon komisch sein, glaube ich. Seine Befehle von seinem... War das jetzt gewollt, dieses Flackern? Ich bin mir gerade nicht sicher. Seine Befehle von seinem... Ah, Timing anzunehmen. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Edsley, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenpinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne. Und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel. Ein cooler Spitzname, Little Bird. In Deutsch übersetzt hört es sich ein bisschen komisch an. Das muss ich sagen. Im Englischen, Little Bird geht. Estley überließ mir die Hälfte von Onuratos Sonnenfinsternis-Amulett. Ich bekam den Mond. Er behielt die Sonne. Das heißt wohl, er geht davon aus, dass wir die Dunkelheit über Paititi beseitigen werden. Ne? Hier irgendwo was eingraviert. Hallo? Was ist denn jetzt? Eine große Bürde. Ich hoffe, ich werde dem gerecht. Ah, dafür musste ich das so blöd drehen? Ey, ganz ehrlich. Wo muss ich hin? Da runter tauchen. Okay. Oh, oh. Genau, weil das gerade jetzt zusammenbricht. Warum gerade jetzt? Wie rot das hier ist? Warum ist das hier alles so rot? Ist das gerade Feuer unter Wasser? Ist das im Vulkan gerade? Riecht gerade der Vulkan aus? Das würden wir doch niemals aushalten, oder? Dann wird das Wasser... Das müsste doch kochen. Kochend heiß sein. Ich hole mal Luft. Das sieht im Hintergrund nicht gut aus. Oh, eher hier. Guck. Das wäre jetzt doch so heißer Wasserdampf. Holy shit. Sehr riskant. Also dieser eine Plan, dass man da... Also, dass alle außen rum gehen. Hier hättest du doch nicht mit deiner ganzen Armee durchgekommen. Da wärst du niemand mit deiner ganzen Armee durchgekommen. Holy shit. Unglaublich. Jonah, ich hab's geschafft. Ich sehe die Brücke. Ach, die haben Helikopter. Ich dachte, die haben ja gar nichts. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Aber bei dich. Oh ja. Kommande, hier ist Cardinal 2. Brücke ist ausgeschaltet. Gut. Team Leader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal 2, sie sind ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Hier ist Cardinal Raid. Feind in Sicht. Ändere Kurs auf 1.05. Ja, bin mal gespannt, was das jetzt so wird. Upsala. Ganz ruhig. Beeil mich gerade. Ich bin ein bisschen konzentriert. Weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen auf Zeit geht. Das war Licht. Aber eigentlich müsste ich doch ein bisschen snipen. Bisschen Scharfschütze sein. Und jetzt klettere ich aber in der Gegend rum. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Das hast du schon mal gesagt. Warum wiederholst du dich? Fortschritt in allen Sektoren. Aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten. Weg von den Wänden. Bleib bei den Kameraden. Oh, das war knapp. Sehr, sehr knapp. Boah, das war knapp. Weil du stört aus. Wenn das Blut, wo Feuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Honoratus Schicksal? Ach, die. Die wieder. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten. Im Kampf gegen Kukulka. Fuck, Feuer. Nächste, Schell. Hölle. Hölle. Schell. Nockel. Ach du Scheiße. Wutzer, dann kämpfen wir nicht gegen die. Aber wir haben gut viele von denen gekillt. Auch einfach so, weil wir mal so ein Gräbchen machen wollten. Das ist jetzt die Frage, wenn wir mal wieder so ein Grab machen, wo die da drin sind, greifen die uns an? Oder lassen die uns dann in Ruhe? Schmolchomenakka! Ich hau das mal dazwischen rein. Ihre Anführerin ist eine Priesterin mit dem Beinamen das Purpurfeuer. Sie repräsentiert Chak-Chel und hat gemeinsam mit X-Chel die Aufgabe, das Ritual der Schatulle zu vollziehen. Sie ist dafür verantwortlich, X-Chel anzuleiten, wenn diese die Macht der Sonne opfert. Anschließend werden das Purpurfeuer und sämtliche Yag-Seal in den Himmel zurückkehren, wo der Schlüssel und die Schatulle ursprünglich erschaffen wurden. Alles klar. Dann haben wir eigentlich fälschlicherweise gegen die gekämpft. Wie können die eigentlich so klettern? Weil die sind ja eigentlich auch nur Menschen, ne? Oder? Die haben ja auch nur normale menschliche Hände. Die haben zwar diese Kreilen dran gemacht, aber das behindert dich ja eher beim Klettern, ne? Verstärkung jetzt! Schicke Verstärkung zu euch! Das ist halt die lustig angehört. Oh nein! Oh nein! Der gesamte Hoher Rat ist hier, um unseren Sieg persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Die hauen da ganz schön militärische Kacke raus, ne? Ach, ich rede gar nicht mehr drüber, wenn ich mal sterbe, weil das passiert andauernd bei den Kletterpassagen auch. Das ist dann kein Fehler von mir, das ist einfach nur ein Fehler vom Spiel. Weil ich hatte eh gedrückt, die hat einfach nur nicht reagiert. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Woran lag das? Ich bin doch geklettert, oder? Okay, komisch. Warum bin ich vorhin gestorben? War das einfach nur Pech? Jetzt müsste mich die Propeller eigentlich killen. Loll, ich glaube, da ist sogar gerade jemand in den Propeller reingekommen. Das nennt ich Glück, Lara. Das nennt ich Glück, dass sie dich mit dem hinteren Propeller nicht mitgenommen hat, ey. Komm, ernähr dich mal richtig gut. Hau mal richtig an die Knochen. Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen. Die gehören zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle als Einheit. Eigensinnig bis zum Ende. Angriff! Hier ist Commander Rogue. Alle verbleibenden Einheiten. Halten Sie! Sie sind durch das Tor! Alle Einheiten zu den engen Stellen. Tode! Meine Herren, lasst den Feind nicht durch. Um jeden Preis aufhalten. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Laut mal schnell nach. Ich stricke Rogue. Nach Abschluss des Rituals werdet ihr alle gerettet. Und wer alles gibt, wird auch belohnt. Aber ich nehm mal. Ich eh fang mal an zu sammeln. Klar. Komm schon. Aha. Komm ich da hin? Aua. Was hat mich da weggeholt? Stürb halt endlich. Du hast mir eine Chance. Komm schon, ihr Witz! Wir drehen euch gar los! Ach, verletzt am Führ! Hier, Paladin One. Ich bin umzingelt. Keine Munition mehr! Nein! Bitte! Nein! Aua! Aua! Ja, ich glaube, das haben sie ganz gut erledigt. Bin ganz stolz auf die. Dachte ich muss das erledigen, aber... Haben sie echt super gemacht. Eigentlich müsste ich mal ein paar Leichen durchsuchen, weil ich einfach keine Muni mehr habe bei meinem MMP-Gewehr. Aber ich glaube, mit der Pistole komme ich auch noch ganz gut durch. Rogue ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. Also, ich habe hier schon mal ein Basislager entdeckt. Auch nie schlecht. Aber das heißt doch eigentlich, dass sie so langsam ans Ende kommen, oder? Achso, ich muss nach rechts. Komm hier hoch. Ähm. Ah ja, da lang. Der Heli könnte ja nicht alles so wegbomben. Wow! Das kam jetzt unerwartet. Kommando Rogue, wir brauchen Befehle. Rogue ist auch tot. Was? Und wer hat dann das Sagen? Ja, äh. Der Typ, der das Ritual durchführt normalerweise, oder? Oder, oder will. Ist er nicht der Boss? Was ist mit der Stellung? Es gibt keine Stellung! Alle sind tot! Wer noch kann, sollte verschwinden! Ich schaffe das. Perfekt. Also, die Soldaten, die geben auf. Bleibt eigentlich nur noch er, oder? Ganz alleine. Was? Was? Wieso lässt die einfach los? Ich hab nichts gedrückt. Die hat einfach von alleine losgelassen. Du kannst nicht durchklettern, ohne zu sterben. Das ist ja uferlos. Okay, das war jetzt der Fall, weil ich erstmal dachte, ich bin auf... Ja, ich bin auf der richtigen Seite. Hab nicht gecheckt, dass ich sofort rüber muss. Na, komm. Hallo. Hä? Hallo? Danke dir. Oder bei mir kam vorhin die Animation nicht, dass ich eh drücken muss. Oder hab ich's übersehen? Ein bisschen schneller. Das bricht zusammen. Darüber. Oh Gott. Schön, dass du so genau siehst, was zampricht und was nicht, ne? Bei der Glitterwand. Lass die Sonne verdunkeln. Möge die Dunkelheit, die uns bekannte Welt, auslöschen. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten. Die Macht von Kukulkan. Oh Gott. Wir sind zu spät. Sind wir zu spät? Muss ich mich an ihn jetzt ran, oder was muss ich denn machen? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was ich machen muss. Muss ich da irgendwas bei denen machen hier? Nein, okay. Ich verstehe es nicht. Ich raff es nicht. Oh nein. Meine Muni ist komplett alle. Das ist ungeil. Schrotflinte. Dann Heilung wäre nicht schlecht. Nein, nein, nein. Das ist Rüstung. F4? F4? Nein, nein. Hä? F1 ist Heilung. Wir alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. Ah, okay. Jetzt, jetzt. Lass die Sonne verdunkeln. Möge die Dunkelheit, die uns bekannte Welt, auslöschen. Finde sie, sie dank sich. Huch, was ist das? Mal Heilung. Ich glaub gut, dass ich die Heilung auch gespart hab. Oh, da ist Muni. Das ist super. Danke dir. Aua. Da ist auch was zum... Danke dir. Nimm das. Ich drück die ganze Zeit irgendwas. Also, ich bin grad echt ganz, ganz schlecht hier. Aua. Nein. Oh, schau. Ah, das sind so viele. Boah, wo kommen die alle her? Da waren doch niemals so viele, oder? Komm. Komm, komm, komm. Den da noch. Nichts hält mich auf. Ich erschaffe die Welt neu. Du klüßt ein bisschen. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Oh, der weiß gleich, wie man es nutzt. Alles klar. Oh, shit. Ja, die leben auch noch. Aua. Oh, ich hab mit dem MG voll. Das ist natürlich nice. Ich lauf hier mal rum. Erstmal. Check erstmal so die Lage. Ich weiß noch nicht, wie ich die killen kann. Oder den. Unbekannte Position. Echt? Echt? Die ist so unbekannt. Au. Ich hab mich doch grad gehealed eigentlich. Perfekt. Muss ich mich bei dem verstecken? Oder wie genau muss ich den killen? Ich hab's noch nicht so ganz. Raus. Oh, was ist jetzt los? Muss ich da für stehen? Muss ich ihn jetzt angreifen? Oder? Mein ganzes Leben. Dein Gegner ist ein Gott. Ich hab dich am Leben gelassen, Lara. Bis jetzt? Wow. Alter, der haut ganz schön rein. Okay, der darf mich nicht einmal erwischen, sonst bin ich instant tot. Ich komm da nicht mehr weg. Wenn er mich einmal erwischt... ...wird es ein Gott geschießen. Aua. Lass mich doch den töten. Dann kann ich abhauen. Oh, das ist gut, wenn Muni. Komm, 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 komm. Mein ganzes Leben. Dein Gegner ist ein Gott. Und ich hab eine göttliche Klinge. Okay, bin weg. Ciao. Ich laufe mal nach. Ich laufe mal ganz woanders hin. Ah ja, okay. Der weiß anscheinend, dass ich da bin. Das ist natürlich nicht so geil. Komm, 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 komm. Ich treffe durchgehend. Perfekt. Und ich bin weg. Ciao. Ciao. Ja, jetzt, ob der mich erwischt, diese... Ach, du Scheiße. So, danke, wie ja. Wow, der rennt mir voll hinterher. Hallo, lass mich mal Ruhe. Wow, chill mal. Aua. Alter, die halten richtig viel aus. Aua. Was ist der denn? Weißt der, wo ich bin? Aua. Ja, der weiß, wo ich bin. Aua. Das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt unbedingt wichtig. Ah, vielleicht. Um den so mal früher oder später... ...heimlich erwischen. Oh, shit. Das ist vielleicht ungeil. Ja, als er aber genau in dem Moment um diese scheiß Ecke kommt. Also, man kann das alles auch ein bisschen heimlich machen. Ich glaube, dann habe ich ein bisschen verkehrt angegangen. Ich weiß, ich glaube, die Folge wird ein bisschen Überlänge haben, weil wir gerade mitten im Bosskampf sind. Aber das kriegen wir hin. Aber ein Baum hat er uns jedes Mal sofort gesehen, ne? Okay, also hier hat er uns auch gleich gesehen. Ach, leck mich doch am Arsch, oder? Also, das geht wirklich nicht. Also, am besten einfach mit dem Gewehr Vollerotze draufhalten. Irgendwie irgendwo hochklettern. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Nein! Lauf noch ein bisschen! Aua! Ich muss noch nachladen. Doch! Greif mich nur an! Aber Kukulkan macht mich nur noch stärker! Na, la, 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 la. Ich bin wieder weg. Oh, der ist ja direkt neben mir. Oh, Alter, voll schrocken. Was macht der denn? Wieso folgt der mir so sehr? Piss du dich mal! Du hast hier gar nichts zu sagen, ne? Wenn die Erwachsenen reden, ne? Okay, also, verstecken bringt anscheinend echt gar nichts. Ich nehm das mal voll zurück von vorher. Oh, ich kann mich nicht mehr heilen. Er ist da. Äh, what? Wo ist er hin? Ah ja, hinter mir. Wenn er hinter mir ist, könnte ich eventuell auch mal mit einer Schrotflinte draufballern. Oh, Guns! Oh, yeah! Woll! Ja, ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Woa, la, 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 la! Ist vielleicht ungeil gerade. Woa, la, 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 la! Ist vielleicht ungeil gerade, ja? Oh, er ist kein Gott mehr. Er ist kein Gott mehr. Es tut mir leid. Nein, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Es tut mir leid. Jetzt sind wir die Göttin. Es tut mir leid. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche. Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen, das nicht damit rechnet, dass ein Jager sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Man, Richard. Ich weiß, wo wir hinfahren. Ach ja? Hawaii. Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein, du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gottkorn. Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Welt, sie. Ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze Paititi. Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Das werde ich. Aber ich konnte die ganze Zeit nichts sagen. Zwei Tage später. Unuratu, meine Mutter, Kriegerin, Rebellin, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Pai Chiti zu vereinen. Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuwak-Yaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Pai Chiti für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komme ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah. Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Das war Shadow of the Tomb Raider. Das war Shadow of the Tomb Raider. Das war Shadow of the Tomb Raider. Da war der Sound weg. Aber, also es war ein wunderschönes Spiel. Hat so ein bisschen keine, ich sag mal Probleme nicht direkt, aber durch dieses ganze Gekletter und Fehlergekletter, wo es dann einfach runterfällt und so. Das nervt ein bisschen. Aber sonst, super Game. Schleichen ist auch sehr gut gemacht. Aber trotzdem würde ich gern Leichen verstecken wollen. Und manchmal, weiß nicht, keine Ahnung, war es mir so eine Sache der Unmöglichkeit zu schleichen. Obwohl du die Features dafür hast mit Schlamm einreiben und so. Aber sonst, geil. Geschichtlich, der Hammer. Endet, äh, natürlich beendet er jetzt die Trilogie. Das ist klar. Wie es jetzt weitergeht, weiß man nicht. Bin ich aber mal gespannt, wann und ob die überhaupt einen weiteren Teil machen. Und da die Folge jetzt aber eh schon Überlänge hat, werde ich jetzt die Credits leider nicht durchlaufen lassen. Ähm, ich hoffe mal, dass nichts im Nachhinein kommt jetzt nach den Credits. Weil oftmals ist es ja so. Und ich bedanke mich für alle beim Zuschauen. Das Let's Plays, die ganzen Sammelsachen und die restlichen Gräber werde ich vielleicht jetzt nicht mehr machen. Im Let's Play, die werde ich für mich machen. Und ich schaue mal, was ich als nächstes für ein Let's Play mache. Ich bedanke mich auf alle Fälle für alle, die dabei waren. Vor allem jetzt, die es bis zum Ende geguckt haben. Und wir sehen uns im nächsten Display. Danke und tschüss. 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 Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft. Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein. Das ist einfach nur schön, zu Hause zu sein.